So, heute wieder eine Unternehmung mit den Johnsons. Draußen ist es sehr wolkig. Der Wetterbericht sagt auch, dass es regnen soll heute. Also machen wir, das sind ich, der König nennt sich immer als erstes, und die Melanie. Wir werden heute Go-Kart fahren gehen. Und zwar in Mark Zollnberg. Das ist eine E-Go-Kart-Strecke und zwei Etages. Also noch da unten, dann geht man da oben und dann geht man da runter. Waren wir noch nicht, also noch nicht in Mark Zolln. In Würzburg waren wir da schon, da gibt es auch eine. Die war auf jeden Fall schon mal cool. Die hier ist dann noch mal 130 Meter länger. Das heißt, die wird mit Sicherheit auch cool. Ja, wir fahren da jetzt erstmal hin. Und dann kommt das weiter. Diesmal nicht die Melanie. Oh, sondern die Melanie. Und natürlich die. Bis gleich. Und hier zu unserer Rechten haben wir den Staffelberg. Wer meinen Channel bisschen verfolgt, der weiß auch, dass ich ab und an mal bisschen Mountainbike fahre. Und hier gibt es auch einen geilen Trail, den werden wir demnächst mal besuchen. Und dann können wir euch reinziehen, wie ich den Staffelberg heiz. Ja, das Wetter hat sich nicht gebessert. Aber wie gesagt, kann uns ja wurscht sein, weil wir gehen da, da, da. Und jetzt hat Mist. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur, dass du sagst, Kartbahn mag zollen. Nicht michelau, nicht nochmal mit dich halt. Nein. So, wir sind jetzt angekommen an der Kartbahn. Wir gehen aber erst eine Runde laser taggen. Da drüben ist das laser tag. Geil. Da gehen wir jetzt zum laser taggen. Geil. Viertel zwei Küste steht da. Geil. So, ich bin jetzt zum laser taggen. Und dann hat das jetzt ein bisschen lange gefahren. Geil. Weil wir gehen weinen. Was ist das? Ja, das läuft gar nicht. Die sind noch nicht. Geil. Go, go, go! Go, 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 go! 5, 4, 3, 2, 1, play! Well done! Well done! Keep going! Well done! Get! Don't give up! Keep going! Well done! 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 Don't give up! Don't give up! Keep going! Keep going! Keep going! Keep going! Well done! Well done! Don't give up! Don't give up! Well done! Don't give up! Well done! 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 Good! cool. Mega geil. Mega gut. Hier rein und frei. Da geht was. Also Lasertag war ja schon mal mega geil. Alter Schwede Melanie, was sagst du dazu? Voll. Übelst anstrengend. Ehrlichst mit Jackson ey. Jetzt hab ich ja mal ein bisschen Kart fahren. Ja. So die Melanie, die wacht erst mal schon gepflegt, noch eine für die Gesundheit. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Go-Kart fahren. So und jetzt nachdem die Melanie endlich eine Zigarette geraucht hat, hier nochmal. Vettels Nachbau. Geiler Scheiß. Feierlich auf jeden Fall. Vettels. Das ja holen wir nicht. Ferrari. Macht Mercedes platt würde ich mal sagen. Geile Mat. So ich schwimm jetzt hin. Ich bin schwul. Ich bin schwul mit meinem Brustgott. Die Melanie finde, dass ich schwul bin mit meinem Brustgott. So der weibliche Name wieder. Da könnt ihr jetzt zuschauen. So ganz genau hinschauen. Und wisst ihr wie alt ich bin? Und wie alt die Melanie ist? Boah, hallo. Machst du die mit E-Mail-Adresse und so? Ist das alles? Kommt bei mir auch noch. Das ist ja so weit. Boah, Adresse auch noch. Da müssen wir jetzt geheim halten. gleich. Land, Germania. Telefon auch. E-Mail. Ja, wo war ich? 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 Ja. Wieso nicht? So, die Melanie ist schon fertig. Gutschein-Aktionen? Ja, wollen wir alles. Wollen wir alles. Gutschein-Aktionen. Alles mitnehmen. Vielleicht ist ja irgendwann einmal weil du hast da eine Kartbank schenke. Bild erstellen. Oh, warte. Mit meiner GoPro. Oh, das sind sie auch noch. Ja. Ich habe mich registriert. So, Melanie auch. Wir gehen Kart fahren. Ja, da drüben haben wir gerade rumgeballert in der Halle. War echt cool. Mega geil. Also es lohnt sich auf jeden Fall nach Markzone hinzukommen. Und hier zu laser taggen. Und jetzt ziehen wir die Kartbank noch rein. Also fett ausschauen wird sie schon mal. Ja, und dann gibt es dazu auch ein Resümee. Ja. Da? Oh, ne, da bin ich gar nicht dabei. Das ist das Falsche. Ah, 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 ah. Ich habe es. Ich habe es. Da sind wir dabei. Ah, dieser Pro. Dieser Zocker-Pro. Und die Melanie. Aber ich habe ja gegen einen Tato reinigen. Warte, nur das Ding hier. Es ist ja klar, dass man gegen den gewinnen kann. Selbstverständlich. Geil, auf jeden Fall. Do you think you're best? Yes, I do. So, krass, wie wir uns jetzt erst duschen müssen, bevor wir fahren dürfen. Ne, spannend. Melanie, hast du schon geduscht? Wenn nicht, dann musst du schnell. Wir haben schon. Ja. So, jetzt gehen wir fahren. Geile Mat, geile Mat, Helme. Helme, Helme, Helme. Jetzt machen wir mal an hier. Genau, die Melanie geht in die 7. Ja. In die 13. Ja. In die 13. Ja. Ja. J' 32. Ja. Je 10. Ja. Ja, jetzt 3. Ja. Nutzen. Über die 13. Ja. Wir haben, natürlich, ihr Hund. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, die erste Winde dürfen wir ja noch nicht überholen. Sobald stand uns richtig. Sobald der Gas geht. Sobald der Gas geht. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018